Hallo alle zusammen, Alex Roger-Wolf hier, euer Casting-Coach. Heute mit folgendem Thema, eines, finde ich, der wichtigsten Themen. Wie kommt ihr an gute Bilder, obwohl ihr noch nicht so viel Erfahrung vor der Kamera gesammelt habt, sei es am Filmset oder auch bei Fotoshootings? So, das ist ein ganz großes Problem für viele Models, Best-Ager-Models, Werbegesichter und auch angehende Schauspieler, ja, und teilweise auch für Schauspieler, die schon ein bisschen gearbeitet haben. Das große Problem ist, man kriegt keine Agentur, wenn man scheiß Bilder hat. So, aber wie kann man das denn üben? Weil, wenn ihr jetzt einen Schauspieler-Porträt-Fotografen euch sucht, dann kostet das natürlich Geld, zwischen 300 und nach Open-End offen. Und dann geht ihr hin, habt aber noch nie bei einem Fotoshooting vor der Kamera gestanden. Das kann eigentlich nicht richtig geil werden. Es sei denn, man hat so ein paar Glücksmomente, wo ein paar gute Schüsse irgendwie entstehen. Oder der Fotograf ist wirklich mega, mega, mega gut und holt das Beste aus euch raus. So, und jetzt habe ich mir gedacht, wie kann man dann das einfach ändern? Zum einen habe ich mir jetzt mal eine Liste erstellt, was braucht man, um ein richtig geiles Fotoshooting haben zu können. Erstens. Zweitens habe ich mir mal ein Model genommen und habe ein paar Fotos gemacht. Zum einen mit meiner Kamera für 3.500 Euro, die Sony Alpha 7. und dann ganz einfach mit diesem Telefon hier, mit dem iPhone 12 Pro. Und diese Bilder werde ich euch jetzt mal zeigen und nebeneinander halten. Und dann werdet ihr gucken, wie groß sind wirklich die Unterschiede. Die Unterschiede, ich finde, man sieht die Unterschiede, aber sie sind nicht sehr groß. Das heißt, ihr habt also die Möglichkeit zu üben, wenn ihr einen Kumpel habt, der ein Phone hat, ein iPhone oder auch ein anderes Telefon, dann fangt erstmal an, richtig zu üben, wie ihr vor der Kamera am besten rüberkommt. Und damit müsst ihr euch einfach auch mal ein bisschen mit euch selbst auseinandersetzen. Es bringt nichts, irgendwo hinzugehen und einfach ein Foto von sich machen zu lassen und nett in die Kamera zu grinsen. Ihr müsst in dem Moment auch schon eine Rolle spielen, verkörpern. Das heißt, ihr müsst euch mal überlegen, was für Rollen wollt ihr spielen und was für Rollen könnt ihr spielen. Also was passt denn am besten zu euch, rein optisch und auch von der Gefühlswelt. Manche Menschen können supergut Comedy darstellen, andere haben ein unheimliches Talent, richtig dramatische Sachen spielen zu können. Kriege ich zum Beispiel überhaupt nicht hin. Naja, also, das nur mal so. Und jetzt schauen wir uns mal die Bilder an. Also Bild A Im Vergleich zu Bild B So, ihr könnt ja im Video vor- und zurückscrollen. Wo seht ihr den Unterschied? Merkt ihr den Unterschied? Bild B ist mit einem iPhone gemacht, mit einem Handy, was jeder von euch hat. Ihr habt es oder eure Freunde haben ein gutes Handy. Leitet euch das Handy aus, überlegt euch, wie ihr am besten diese Fotos erstellt, was für Rollen ihr spielen könnt, was ihr Rollen spielen wollt. Erarbeitet fünf Rollen und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schickt mir gerne eine Nachricht und dann sprechen wir. See you soon. Ciao. Die Lungen